Es bleibt bei der klaren Ansage. Eine Wahl durch die Stimmen der AfD ist inakzeptabel, muss inakzeptabel sein für jeden Demokraten, für jede Demokratin in diesem Landtag. Das heißt, es kann nicht verhindert werden, dass die AfD zustimmt, aber diese Stimmen dürfen nicht entscheidend sein. Insofern geht der Blick vor allem zu CDU und FDP im Thüringer Landtag. Und es stellt sich die Frage, ob Sie bereit sind, den Weg freizumachen, dem Wahlsieger, Herrn Ramelow, dazu zu verhelfen, dort jetzt Ministerpräsident sein zu können. Um übrigens noch mal zu erklären, warum das wichtig ist und jetzt nicht einfach so Neuwahlen eingeleitet werden. Herr Kemmerich mag gestern formal zurückgetreten sein. Er bleibt aber laut der Verfassung des Landes, des Freistaats Thüringen, so lange geschäftsführend im Amt, bis jemand Neues gewählt ist. Und es ist eine Frage der politischen Hygiene, dass er jetzt nicht länger in dieser Staatskanzlei residiert, als unbedingt notwendig. Schauen wir auf das, was Sie gleich vermutet hatten, was ich als nächstes zeigen würde, nämlich, was Alexander Gauland heute dazu gesagt hat. Alexander Gauland, AfD-Fraktionschef im Bundestag, sagt, Muss Frau Weidel, wer die AfD wählt, ab jetzt davon ausgehen, dass er die Altparteien, die Sie so nennen, bekommt? Mittwoch die FDP, demnächst womöglich Bodo Ramelow? Nein, natürlich nicht. Das ist ironisch gemeint gewesen. Unser Ansinn ist natürlich, und das war auch unser Wahlversprechen in Thüringen, und auch bundesweit Rot-Rot-Grün zu verhindern. Und jetzt müssen wir einfach noch mal zurückgehen und einfach mal schauen, was eigentlich passiert ist. Da wurde ein Ministerpräsident demokratisch gewählt, von demokratisch gewählten Abgeordneten. Und dann kommt die Kanzlerin und sagt, man müssten diesen Wahlgang rückgängig machen. Mit zur Hilfenahme der Oppositionsparteien im Thüringer Landtag, mit den Medien, mit dem linken Mob, der auf die Straße gegangen ist. Ich habe bis heute keine Distanzierung gehört. Ich habe, weil ich keine Distanzierung bisher von den Linken und von der SPD gehört habe, als man Kemmerichs Familie und das Haus belagert hat, der arme Mann stand unter Polizeischutz und wurde so dermaßen psychologisch als auch politisch unter Druck gesetzt, dass er zurückgetreten ist. Und dieses ganze Gehabe, die demokratischen Parteien, das hat man in der DDR im Übrigen auch gesagt, die DDR hat sich ja auch eine demokratische Verfassung gegeben, weil sie nicht dort wo sind. Das finde ich unmöglich, dass Sie jetzt die DDR gleichsetzen mit dem DDR-Unrecht in 40 Jahren mit dem freiheitlichen Parteiensystem, was wir in Deutschland haben. Sie ignorieren den Wählerwillen in Thüringen von 25 von einem Viertel der Wählerstimmen. Das haben Sie aber auch getan, Frau Weidel, wenn die AfD Herrn Kemmerich wählt, ignoriert Sie in beispielloser Weise den Wählerwillen der Thüringerinnen und Thüringer. Der hatte 5 Prozent und den Mann machen Sie zum Ministerpräsidenten unter Vorspielung falscher Tatsachen. Sie bieten, pardon, einen eigenen Kandidaten auf, den Sie geschlossen nicht wählen. Der keine Chance hatte. Im ersten und zweiten Wahlgang stand die AfD geschlossen hinter diesem Kandidaten. Und im dritten Wahlgang war es zu entscheiden, Herrn Ramelow zu wählen oder einen bürgerlichen FDP-Kandidaten. Und dann hat man einen bürgerlichen FDP-Kandidaten, um die Chancen auch mit zu erhöhen. Und wir haben uns für den FDP-Kandidaten entschieden, für mich eine absolut richtige Entscheidung, die die AfD-Fraktion in Thüringen geschlossen hat. Frau Ammann, lässt sich das Ergebnis dieses Vorgangs durch das Verfahren, das die Große Koalition nun gestern vorgeschlagen hat, noch mal heilen, rückgängig machen? Oder richtet das jetzt den nächsten Schaden an? Nein, ich denke, es ist richtig, dass es jetzt endlich eine Verständigung gab darauf, wie man in dieses Wahlprozedere gehen will. Bisher war ja das Armutszeugnis und das Problem, dass die Parteien mit diesem schwierigen Wahlergebnis offensichtlich nichts anfangen konnten. Dass es nicht gelungen ist, dass sich die demokratischen Parteien zusammenraufen, ihre roten Linien einreißen, um irgendwie es hinzubekommen, dort eine stabile Regierung zu bilden. Stattdessen stolpern alle in diese Wahl, lassen sich mit einem schmutzigen Trick von der AfD aufs Glatteis führen. Unglaublich. Was heißt hier schmutziger? Und ich muss sagen, mich wundert es wirklich, mit welcher Vehemenz Sie jetzt hier dieses Verhalten verteidigen von einem Fraktionschef und Parteifreund, den Sie selber mal aus der Partei werfen wollten. Ich möchte gerne daran erinnern, dass Sie es waren, die ein Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Höcke entscheidend angestoßen haben. Sie haben damals dafür gekämpft und in den dazugehörigen Unterlagen steht eindeutig, dass Herr Höcke nationalsozialistisches Gedankengut pflegt. Man stellt ihn dort mit Hitler, hat die AfD selber ihn mit Hitler auf eine Stufe gestellt. Diesen Kampf haben Sie verloren. Danach haben Sie sich bei ihm eingeschmust und bei seinen Freunden. Jetzt sitzen Sie hier und feiern ihn als Demokraten. Das muss man einfach mal in der Deutlichkeit sagen. Das ist eine absolute Pause. Frau Weidel, ich würde versuchen gerne den Ton wieder ein bisschen zu beruhigen. Ich habe jetzt gehört, Sie sagen, Andauer und immer fort unglaublich und Sie lachen an manchen Stellen. Aber ich habe auch gehört, dass Sie gesagt haben, und das geht für mich weder mit Überzeugung, sondern ausschließlich mit Taktik einher, dass Sie sagen, der FDP-Mann war genau Ihr Mann. Das ist aber ein Vertreter der Altparteien, die Sie als solche ansonsten diffamieren und wundert mich wirklich. Will ich nur kurz festhalten. Diffamieren, das weiß ich ganz klar von mir und von der Partei. Sie sagen immer, die Altparteien und meinen es wahrscheinlich nicht positiv, oder? Herr Kemmerich ist ein bürgerlicher Mittelständler, der sehr gute Politik macht. Und die AfD-Fraktion in allen Landtagen und auch im Bundestag stimmt auch für FDP-Anträge, wenn wir sie sachlich für richtig halten. Wir machen Sachpolitik, wir ziehen keine Brandmauern ein, wenn Vorschläge vernünftig sind. Sie sind nicht nach Ihrer Überzeugung gegangen, sondern Sie sind nach Taktik. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, die AfD muss man gar nicht wählen, sondern Sie geben eigentlich eine Wahlempfehlung für die FDP ab. Dann haben wir die Sache ja geklärt. Wunderbar. Sie vertreten überhaupt gar kein pluralistisches Meinungsbild. Frau Wagenknecht, die Situation am Mittwoch ist auch deshalb entstanden, weil sich Bodo Ramelow einer Wahl gestellt hat, für die er keine eigene Mehrheit hatte. Das wusste er auch. Inzwischen ärgert er sich öffentlich im Spiegel-Interview selbst. Ich habe mich zum Trottel gemacht, denn ich dachte, ich rede mit Demokraten. Hat er damit einen Anteil daran, dass in Thüringen ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist? Also er hat natürlich vorher ja alles versucht. Er hat ja sogar versucht, mit der CDU zu sprechen. Er hat versucht, dort zumindest eine Kooperation, jetzt nicht unbedingt eine Koalition, aber eine Kooperation zu erreichen. Da kam sofort aus dem Ronald-Adenauer-Haus die Blockade. Das darf also Moring nicht, mit ihm auch nicht reden. Und dann war eben die Situation gut, sich auf den Versuch einzulassen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Ich finde, das ist ein mutiger Versuch. Und es ist auch nicht so, dass er kein... Mutig oder riskant? Ja, natürlich ist es auch riskant. Aber trotzdem war es ja so, er hätte im dritten Wahlgang eine verfassungsmäßige Mehrheit haben können, wenn Herr Kemmerich nicht angetreten wäre. Wobei ich schon auch relativieren würde, also wenn von schmutzigen Tricks... Klar hat die AfD schmutzige Tricks angewandt. Aber dieser schmutzige Trick wäre überhaupt nie erfolgreich gewesen, wenn es nicht einen FDP-Kandidaten gegeben hätte, der sich darauf eingelassen hat. Wenn es nicht eine CDU gegeben hätte, die das Spiel mitgespielt hat. Und ich muss sagen, was mich auch nervt, ist jetzt diese Opferrolle, in der sich vor allem auch die FDP ja so richtig jetzt irgendwie gefunden hat. Also Herr Gubicki hat gesagt, es ist ein großer Erfolg, die Wahl von Herrn Kemmerich. Und auch die CDU, die hat ja vorher in ihrer Fraktionssitzung das Szenario durchgesprochen. Also insoweit muss man schon sagen, auch wenn die AfD getrickst hat, die, die da mitgemacht haben, die wussten, was sie tun. Und ich finde, das ist eigentlich das große Problem. Und wenn es nicht diesen unglaublichen Druck gegeben hätte, wenn nicht so viele Leute direkt auf die Straße gegangen wären, vor die FDP-Zentrale, auch hier in Berlin, wenn es diesen Druck mitgegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich dieser Test von Thüringen auch nicht so schnell beendet worden. Und das muss man ganz klar sagen. Und ich finde, das heißt eigentlich, was da wirklich schiefgelaufen ist. Und ich will auch einen Punkt noch, Herr Altmaier, sagen. Ich möchte einen Punkt auch noch sagen, was mir eigentlich in der ganzen Debatte jetzt fehlt. Also ich finde ja gut, dass man jetzt nochmal beteuert und das hoffentlich auch ernst nimmt, dass es keine weitere Zusammenarbeit gibt. Nur ich finde, in der Diskussion sollte vielmehr auch mal darüber geredet werden, warum es überhaupt solche Konstellationen wie in Thüringen geben konnte, warum eine Partei wie die AfD so stark geworden ist, warum den Volksparteien quasi das Volk davon gelaufen ist. Und ich meine, das muss doch die Konsequenz sein. Also nur mit Abgrenzung alleine werden Sie die AfD nicht kleinkriegen. Es hat doch die AfD, die Stärke der AfD ist doch ein einziger Protest gegen die Politik der letzten Jahre. Und wenn Sie diese Politik so weiter durchziehen, wenn Sie drei Jahre brauchen, um über eine Grundrente zu diskutieren und irgendwie nicht zu Stuhle kommen, wenn Sie ein Klimapaket machen, was wieder vor allem die Mittelschicht belastet, wenn Sie all das machen, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben, wenn Sie das fortsetzen, dann werden Sie noch mehr Thüringen haben. Also mir ist auch noch mal wichtig zu betonen, er ist nicht jetzt aus dem Amt raus nur wegen dieses Tweets. Mein ganz persönlicher Eindruck war, es gab jetzt auch keine überschäumende Enttäuschung auf Seiten der Union, dass die Forderung von der SPD dahingehend erhoben wurde. Kritik an der Ausfüllung dieses Amtes, was er inne hatte, gab es auch vorher schon. Und es gibt auch hier eine Vorgeschichte. Der Herr Hirte hat beispielsweise auch einen Artikel zustimmend geteilt, schon vor der Wahl in Thüringen von Herrn Kemmerich, der verfasst wurde von einem Fraktionsmitarbeiter der CDU dort, der nämlich drei Tage vor diesem besagten Mittwoch genau das, was passiert ist, als strategische Option dargelegt hat. Also so viel auch zum Thema, das konnte vorher keiner ahnen. Es ist ein Mitarbeiter der CDU-Fraktion in Thüringen, der, ich glaube, im European war es, genau das dargelegt hat. Herr Hirte hat das geteilt und damit auch seine Zustimmung zu diesem Plan zum Ausdruck gebracht. Insofern ist er jetzt nicht mehr im Amt, weil er dort eine Position vertreten hat, die nicht die der Bundesregierung ist. Und das muss man natürlich erwarten von Mitgliedern der Bundesregierung, dass sie sich hinter den gemeinsamen Positionen versammeln. Das hat jetzt nichts mit Mobbing oder Rausschiebung zu tun, sondern es sind die normalen Spielregeln in einer Bundesregierung. Wer sich nicht hinter dem gemeinsamen Wertekonsens versammelt, kann dort nicht mitmachen. Das gilt für andere auch nicht. Es ist nicht unglaublich, Frau Weidel. Was ist das für eine antidemokratische Haltung? Was ist daran antidemokratisch, Frau Weidel? Sagen Sie es mir. Es ist, weil Sie eine demokratische Entscheidung nicht akzeptieren und Sie ignorieren in Thüringen ein Viertel der Wähler. Das ist nämlich das Problem. Und das zeigt nämlich genau Ihr demokratisches Missverständnis auf. Genau wie das von der Kanzlerin. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird ein Viertel der Wähler absolut ignoriert, ausgegrenzt. Sie haben Abgeordnete im thüringischen Landtag für Ihre Partei. Das ist das, was Sie garantiert haben in der parlamentarischen Demokratie. Mehr nicht. Sie haben heute Abend ganz klipp und klar gesagt, dass bei einer Neuwahl jede Stimme für die CDU eine Stimme für einen linken Ministerpräsidenten sein wird. Das ist doch eine Lüge. Aber das ist doch das, was Herr Garland hat gesagt. Eine Stimme für die AfD ist dann scheinbar auch. Was ich heute Abend gesagt habe, warum schreien Sie eigentlich so? Wenn es zu einer Neuwahl kommt, dann ist eine Stimme für die CDU auf keinen Fall ein Lüge. Dafür lachen Sie immer, Frau Weide. Das ist klar geworden. Und ich habe in den Gesprächen, die ich in den Tagen nach dieser Wahl hatte, habe ich auch mit AfD-Wählern gesprochen. Und viele haben gesagt, das hätten wir uns so nicht vorgestellt. Natürlich finde ich wichtig, darüber nachzudenken, warum so viele Leute eine Partei wählen, in der eben Nazis wie Herr Höcke sind. Und dass sie jetzt dadurch, dass sie jetzt nicht abgrenzen, diese Partei diskreditiert haben. Denn Höcke ist ein Riesenkugelungen. Und damit führt er alle anderen vor, oder zumindest ihre beiden Parteien vor. Und ich meine, das hat doch was damit zu tun, in welchem Zustand auch diese Parteien sind. Also alles, was sich seitdem abgespielt hat, ist doch sowas von blamabel. Auch die Auftritte von Frau Kramp-Karrenbauer. Das ist in so einer Sendung. Also das ist wirklich unverirdisch. Und so können Sie nicht irgendwie Demokratie stabilisieren. Ich würde gerne eins klären. Frau Armand hat es eben gesagt. Und Sie, Frau Weidel, haben gesagt, unglaublich. Wie stehen Sie zu Herrn Höcke, den man laut eines Urteils, das kennen Sie, des Verwaltungsgerichts Meiningen, ungestraft als Faschisten bezeichnen darf. Dem hat er nicht widersprochen. So gesehen, da kommen Sie nicht dran vorbei. Dieser Mann ist ein Faschist. Man darf ihn so nennen. Sie dürfen ihn so nennen. Ja, das ist ein Unterschied. Wir dürfen ihn so nennen. Deshalb passt nicht unglaublich. Nein, ich sage nur im Rahmen der Meinungsfreiheit, dürfen Sie ihn so nennen. Danke. Also ich bleibe dabei. Ja, aber es bleibt nur, als sei es anderer Meinung. Nein. Deshalb ist es eben nicht unglaublich, wenn Frau Wagenknecht sich und viele andere an der Figur Höcke reiben. Das ist ja nicht nur ein Reiben, sondern das ist eine Diffamierung. Sie haben gerade das Gerichtsurteil genannt, wo Herr Höcke ein Faschist genannt werden darf. Frau Wagenknecht hat Herrn Höcke eben einen Nazi genannt. Ihre Partei hat ihn einen Nazi genannt. Das muss man sich mal vorstellen. Ihre eigene Partei. Und mich und im Übrigen so viel, das ist ein Werturteil. So hat das Gericht geurteilt. Ein Werturteil darf man heute sagen. Ja, wie ist denn Ihr Urteil? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Gericht hat geurteilt. Sagen Sie doch, wie Ihr Urteil ist über Herrn Höcke. Sagen Sie doch einfach, was Sie über ihn denken. Und ein Gericht hat, Frau Ammann, seien Sie bitte mal still. Ein Gericht hat auch geurteilt, dass man nicht Nazi-Schlampe nennen darf. Wie finden Sie das denn? Nee, das war jetzt nicht die Frage. Frau Weide, Sie wollten Björn Höcke aus der Partei schmeißen, bis Sie gemerkt haben, es könnte Ihnen dann so wie Frauke Petry am Ende gehen. Und dann sind Sie eingeknickt. Das ist doch einfach genau so. Aber ich meine, wir können schon mal darüber reden, was Herr Höcke vertritt. Also beispielsweise hat Herr Höcke sehr deutlich gesagt, es sei falsch, Hitler als das absolut Böse anzusehen. Er schwärmt von tausendjährigen Reichen. Er will also die Schuttkultur der Moderne entsorgen. Er hat von einem unvereinbaren Antagonismus zwischen Christentum und Judentum gesprochen. Also wenn das nicht Anknüpfungspunkte sind. Er will also eine dämliche Bewältigungskultur überwinden. Er will eine 180-Grad-Wende, eine Erinnerungskultur, eine Bewältigungskultur hat der Aure. Ich habe sie mir angeguckt, seine Zitate. Also alles das, was ich eben gesagt habe und noch sehr viel mehr, was man da finden kann. Also wenn Sie das nicht in der Tradition des Nationalsozialismus sehen, dann muss ich mich wirklich fragen, was ist dann für Sie Nazi- oder faschistisches Denken? Also Herr Höcke definiert sich doch selber ausdrücklich in dieser Tradition. Und das ist so wichtig, dass solche Leute in ihrer Partei offensichtlich ja immer mehr Aufwind haben. Also wir befinden uns hier in einer Diskussion, wo Leute in meiner Partei AfDler als Nazi und Faschisten bezeichnet werden. Damit befinden wir uns in einer Tradition, in so einer altkommunistischen, stalinistischen Tradition, wo jeder Andersdenkende als Faschist bezeichnet wird. Und da muss ich wirklich sagen, das verbitte ich mir und dagegen verwahre ich mich auch. Die AfD lehnen wir ab aus einem ganz anderen Grund, weil wir finden, dass diese Partei völlig unsäglich ist und dass sie eine Gefahr ist für die politische Kultur, nicht nur, sondern für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass sie Gedankengut in ihren Reihen duldet, das an die schlimmsten und dunkelsten Zeiten unseres Landes anknüpft. Es ist nicht nur Herr Höcke, Herr Gauland hat gesagt, das Dritte Reich war ein Mückenschiss in der Geschichte. Vogelschiss. Und ich finde bei sechs oder Vogelschiss und ich finde bei sechs Millionen ermordeten Juden... Er hat es auch erklärt, Moment mal, genau so hat das nämlich nicht gemeint. Genauso hat das nicht gemeint. Erstmal hat er sich dafür entschuldigt. Wir gehen jetzt wieder weg von der Frage, pardon. Ein ganz anderer, Herr Altmaier, und das wissen Sie auch. Dann kommt die Gauland-Variante wieder ins Spiel und die AfD wählt geschlossene Ramelow, auch wenn Frau Weidel hat, das sei ironisch gemeint gewesen, tun. Das würden wir nicht tun. Also, das ist etwas... In Ramelow wählen wir nicht, nein. Das ist etwas... Nie. Aha. Nie, Frau Will. Das ist eine interessante Einheit zwischen Gauland und Weidel. Das hängt ja gut an. Es ist schon wieder eine rein taktische Betrachtung. Die Frage ist doch, ob Sie, ob Ihre Partei vor Ort nicht einwählen. Offensichtlich, das merkt man ja hier auch an dieser ganzen Schmunzelei von Frau Weidel die ganze Zeit, ist es für die AfD im Bund wie auch vor Ort ein reines Spiel, was dort im Landtag passiert. Da wirft man mal so ein Fetzen rein und sagt, vielleicht wählen wir den, vielleicht wählen wir den nicht. Also die Tatsache, dass wir jetzt hier seit einer Viertelstunde über Wahlabläufe im Landtag diskutieren, hat einzig und allein damit zu tun, dass zwei Fraktionen dort einen Dammbruch zugelassen haben und eine sich als Narr daneben stellt und meint, mit der parlamentarischen Demokratie spielen zu können. So viel auch mal dafür, dass Sie da den eigentlichen Volkswillen in den Landtag reintragen. Kein Mensch weiß, was mit Ihnen in den Landtag reingetragen wird. Sie machen einfach nur eine große Showveranstaltung daraus. Sie erklären AfD-Abgeordnete zu Abgeordneten zweiter Klasse. Mir ist wichtig, Jahre Befreiung KZ Auschwitz. Da hat Herr Rivlin, der Staatspräsident von Israel, gesprochen. Das haben alle andächtig gelauscht, außer Herr Gauland. Der hat ein bisschen geratzt in der ersten Reihe vorne. Das stimmt nicht. Ja, nein, das stimmt überhaupt nicht. Herr Gauland hat zugehört. Und Herr Rivlin hat uns mit auf den Weg gegeben, als Staatspräsident des Staates Israel. Er hat uns zugerufen, Europa und die Welt schauen. Er hat uns was für Sie. Er hat uns nicht. Er hat uns für sie. Er hat uns für sie. Hier hat uns für sie. Vielen Dank.